Ok, also hier, hier bin ich wieder. Oh Mann, das ist schon so eine Ampel. Unglaublich, diese Stadt. Dieses Drecksloch, ich fasse es nicht. Jetzt muss ich ihn wieder anhalten. Okay, also wirklich, es könnte gut sein, dass ich jetzt doch von der Bullerei noch erwischt werde. Aber wirklich, es ist einfach nicht meine Schuld. Wenn hier alle zwei Minuten eine Ampel kommt, dann kann ich wirklich den besten Fluchtwagen haben der Welt. Ich komme einfach nicht vom Fleck. Na gut, jedenfalls, mir ist mein Hut geklaut worden. Der Hut, den ich von meinem Großvater geerbt habe, also da geht mir gerade so der Hut hoch. Also das setzt dem Ganzen wirklich die Krone auf. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt zur rechten Zeit zum Flughafen komme und meinen Flug nehmen kann, dann ist es ja so, es ist mir scheißegal. Ich kann mir einfach tausende, Millionen Hütte kaufen. Und das ist ein Trickswichser. Wenn ich in der Domreppe, wenn ich mir in der Domreppe mal meine Villa gekauft habe, dann sitze ich am Pool, zünde mir schön eine Zigarre an und denke mir, diese ganzen Trottel in Deutschland, die können mir einfach mal am Arsch vorbeigehen. Gut, okay, egal. Aber jetzt, genau, ich fahre zum Flughafen und für euch gilt, ja, unterstützt gefälligst den Crowdfunding-Call, der Philosophie-Zeitschrift Nartex heft für radikales Denken. Okay, ihr Penner, habt ihr mich verstanden? Mhm. Ja, wir machen ja jetzt. Die Hütte, die Hütte, die Hütte, die Hütte, die Hütte, in der Region, da, beim Hütte .... Ich hab in dieser Hütte, die Hütte... Ich hab in dieser Hütte, ich hab in dieser Hütte. Und wenn wir ab und der Hütte. Und ich muss ja, das ist ja ganz einfach nicht herauszufşorgen, Und wir kommen zum Beispiel. Vielen Dank.